hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ja wie geht das video hier quasi ja dieses video das mache ich jetzt auf wunsch eines einzelnen zuschauers könnte vielleicht aber auch für andere von euch so ein bisschen interessant sein und zwar ich habe jetzt leider den namen des zuschauers nicht gemerkt es tut mir leid aber er hatte sich quasi so ein bisschen kann man sagen beschwert oder hat mir auf eine auf seine eigene art einen hinweis gegeben was ich im review beziehungsweise in dem video für das für diesen twisby ico vergessen habe zu erwähnen nämlich was man macht mit dem kolben mechanismus wenn man den bereits herausgenommen hat und es zu spät ist also weil man kann ja nicht einfach so zusammen setzen wie man das will ja also man merkt das speziell speziell damit man auseinandergenommen hat dass der auf einmal dann in 500.000 teile zerspringt ja ja und was macht man dann ja also die kommt überhaupt erst mal zu so einer situation halt natürlich wenn man den füller jetzt mal reinigt na also wenn man jetzt hier zum beispiel so ein twisby range genommen hat der ist jetzt hier von einem diamond oder von einem back 700 ja kann man aber auch durchaus benutzen für den eco der 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 twisby range der aus plastik ist in rot ne der ist von den dd der ist von von der von der von der von der von den maßen her hier in diesen dieser klammer hier also hier in diesem bereich ein kleines bisschen anders ist aber nicht schlimm ich glaube bei einem bei dem alten video hat auch jemand kommentiert dass man quasi mit diesem aus metall sich befindenden ja twisby range quasi die die plastik dass das plastik gewinde vom eco kaputt macht sehe ich nicht so ich mache das nämlich schon seit seit ewigkeiten mit mit diesem einen range verwende den roten aus kunststoff überhaupt nicht und ich habe dann auch keine einzigen schwierigkeiten mitbekommen ja also keine beschädigung und nix ja und natürlich was man noch zum reinigen auch mal braucht ist halt so was hier ja sonst und silikonfett was man dafür braucht um dafür zu sorgen dass das dass der kolbenmechanismus nach dem reinigen wieder optimal ja quasi schmiert was auch schon mal wichtig ist ab und an mal dass man es macht damit das gewinde hier drin also die die kolbenstange keinen schaden nimmt oder dass das gewinde in dem sich diese kolbenstange befindet ja okay damit ich hier vernünftig arbeiten kann mache ich jetzt erst einmal also der fülle ich habe jetzt gerade eben gereinigt ich hatte vorher sailor manio hh drin eine schöne tinte gefällt mir sehr gut schattiert wunderbar ich mache jetzt hier die die tinte mit dem tintenleiter erst mal raus ja was auch gleich mal so sagen kann ich lese das oder ich ja doch ich lese es immer öfter dass leute die in der fülle wabbel sind und zum beispiel sich beschweren dass das dass ihr trüspi eco ja leckt quasi kann man sagen ja das liegt häufig daran dass halt eben wenn die jetzt die die den tintenleiter nach dem reinigen eingesetzt haben dass sie dann nicht merken dass die feder nicht richtig drauf sitzt ja so und das heißt wenn die feder und oder der tintenleiter nicht richtig hier drin sind dich das kann natürlich nicht ab ja und es läuft die tinte viel viel schneller aus dem tintenleiter heraus leckt vorne dann an der feder und das kann halt eben beheben indem man dann ja vielleicht wenn man jetzt sagt man hat jetzt zum beispiel papier oder block oder sowas ja und dann nimmt man die den füller hier so hält den senkrecht runter und drückt ihn so sanft nach unten quasi also nicht feste einfach nur so dass man damit die die feder wieder hinein drückt da wo sie eigentlich hin soll ja und dann kann man ausschließen dass das in zukunft anfängt zu lecken sorgen aber jetzt hier für meine demonstration dieses video wird mich sehr wird mich sehr wahrscheinlich sehr viel sehr viel nerven kosten ich weiß auch nicht genau ob es mir tatsächlich gelingt ich habe das problem ganz am anfang auch schon gehabt dass ich den kolben entfernt habe um sauber zu machen und dann habe ich gesehen dass das dann in 100 teile zersprungen ist ja und ich habe dann sehr viele schwierigkeiten gehabt das wieder zusammenzusetzen mit mühe und not und mit viel nervennahrung und viel bissen in meine tischkante vor gut habe ich es ja noch irgendwie hinbekommen gut aber das war das war noch so meine anfangszeit um zu beginnen natürlich erst einmal müssen wir den kolben herausnehmen ja so und da ist es jetzt so wenn wir jetzt den kolben nach ganz unten drehen ja dann haben wir hier quasi so die öffnung für den twisty range ja und dann wenn man dann es geht es geht darum die kappe so aufzusetzen oder so aufzuschrauben dass wir hier so einen abstand hier haben dass wir damit arbeiten können ja denn wenn wir nämlich die kappe zu weit rund oder den knopf zu weit runter drehen drehen ja kommen wir hier mit dem gewinde nicht mehr rein ja ist schwierig so und um das mal jetzt heraus zu drehen viele machen das dann so ne die 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 tun das dann hier so rein und dann wird das wird der schlüssel um das gewinde herum gemacht ja ich hatte es einfach so fest und drehen einfach den den behälter einfach selber ja ist für mich einfacher als dieses herumgewurschtel weil da bin ich wie ich bin ich bin schon passiert dass mir dann der scheißschlüssel vom tisch gefallen ist und ich habe ihn dann erstmal suchen müssen ja aufpassen muss man auch so ein bisschen dass wenn man den kolben mechanismus ganz herunter geschraubt hat bevor man das jetzt hier raus zieht ja drückt das noch ein bisschen noch ein bisschen rein und ja und und dreht ein paar mal zieht damit die 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 stange ein wenig in diesen mechanismus hinein und erst dann zieht das heraus macht ihr das nämlich nicht kann das passieren dass dann hier quasi die kolben stange ganz abgeht ja und noch hier drin steckt ne so und dann dann habt ihr ein kleines problem wenn wir nämlich gruppmotoriker seid und nicht wollt dass er damit der zange dran müsste oder sowas ja möglicherweise das beschädigen wollt ist mir auch schon ein paar mal passiert ja ist nicht weiter schlimm aber man muss halt wissen wie man dieses problem wieder behebt ja so jetzt haben wir hier das ist es ist eine teil und dann haben wir hier den kolben knopf der besteht natürlich auch noch aus ein paar teilen einmal hier der kolben knopf selber ja und dann hier dieses kolben gestänge hier quasi dass das ist quasi das teil wo dann hier so die die stange quasi eingefahren wird ja so und ich habe jetzt das teil hier ganz auseinander gebaut also wenn ihr merkt ihr habt ein problem dann würde ich immer vorschlagen wir fangen beim hauptproblem an ja eben dann das teil hier und jetzt muss ich selber gucken glaube ich so ja also hier das ist quasi die öffnung hier wo dann die kolben stange hier rein kommt sieht man hier die kolben stange die ist dies eher so so eher quadratisch so ein bisschen geschnitten im durchschnitt ja man sieht es ja wie so eine ja und das kommt dann quasi hier hinein ja das ist dann da rein ja so und dann tun wir quasi das gegenstück dazu muss selber gucken das ist auf jeden fall der bereich wo der knopf hierhin kommt also der hier das bedeutet wir müssen das hier herunter drehen ja und jetzt müssen wir halt gucken wie wir das hier darauf gekommen dass wir mit dem knopf gescheit arbeiten können ja so wenn wir nämlich zu tief machen oder zu hoch machen ja dann kann es nämlich passieren dass wir wenn es wenn wir das hier wieder hinein hinein drehen ja das versuche ich jetzt mal zu demonstrieren ja ich mache das mal jetzt wieder hinein und dreht es in die andere richtung ja so ich drehe auch nicht zu viel ja das wenn wir dann der märkte dann ganz schnell dass das das funktioniert nicht so richtig so dann haben wir hier nämlich das problem dass wir den kolben mit dem kolben ganz hinten sind und hier nicht mehr herauskommen oder bis nicht mehr nicht mehr hier runter kommen ja so und das problem ja es ist mal gucken ob das so funktioniert wie mir das so gedacht habe ja also man kann gucken wenn wenn jetzt hier wenn wir jetzt hier zu schrauben bis das gewinne nicht mehr passt ja ich mache ein bisschen so nein wenn ich das sondern das ja dann haben wir hier hier sieht man das an der seite das sind so die die kerben für den für den schlüssel ja so und darum das trimmer jetzt wieder hier raus ja mal wieder ein bisschen zu mir hinaus ja so und dann mache ich das dann immer so ja also ich halte dann quasi den mechanismus hier so fest mache den zeigefinger drauf damit ich merke wann der nächste schritt hier hinten raus ausrastet ja also dass ich versuche das mal so ein bisschen zu demonstrieren ja 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 ich habe ja gesagt mir das wird es auch für mich ist ein bisschen nervenaufreibend werden ja aber zumindestens könnt ihr dann gucken wie es funktioniert oder auch nicht immer mal hier den knopf hier so ganz rein also es ist unwahrscheinlich dass wir das dann so hineinbekommen dass dass wir das maximum an 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 hinten kapazität in dem behälter heraus bekommen also sprich dass dann quasi der 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 kolben ganz hoch passt so jetzt haben wir hier wir müssten das ist schwierig ist nicht ganz einfach ja vielleicht kennen paar von euch ein paar einfache mittel und wege um das in den griff zu bekommen ja es ist vielleicht auch ganz ratsam das erst mal hier war es hier anzuschrauben dass das dass das fest ist und dann dann tun wir quasi wieder ein bisschen ein kleines bisschen raus damit wir hier diesen anschluss bekommen wie gesagt ich erinnere euch gern noch einmal daran dass dieses video auch für mich keine experimentierphase ist also ich mache das hier quasi jetzt mit euch zusammen also dieses ausprobieren ob das so funktioniert ja solange der vorsichtig seid könnt ihr auch nichts kaputt machen also braucht ihr keine sorgen zu machen so und jetzt drehe ich das hier so hoch natürlich habe ich jetzt hier zu viel platz also wenn ich jetzt hier den kolben ganz rein drehe habe ich hier noch genügend spielraum so und das heißt dann für mich ich hole dann den kolben noch einmal raus weil das habe ich jetzt schon paar mal gemacht ja also quasi hier hier so dagegen hätte er dagegen drücken hier unten drehen bis man da merkt klack habt ihr das gehört na das ist wenn ich jetzt wieder zu gut also drehen ja ich sage euch was ich meine wenn ich jetzt den kolben wieder zurück drehe in den behälter dann ist mich dann der abstand den ich nach hinten hin ja also nach hierhin wieder ein wenig ein bisschen weniger das heißt hier passt wieder ein bisschen mehr rein ja aber ich will jetzt versuchen noch ein stückchen weiter mit nach hinten zu gehen so in diese ausgangstellung ja das heißt ich mache das mit diesem einrasten jetzt noch einmal ja so und wie dann noch einmal warte ich ne also ich drehe dann hier unten bis es hier oben wieder 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 so einrastet ja das war es schon sowas einzustellen ist unter umständen ein bisschen eine geduldsfrage ja also es ist ein problem das kann man lösen man muss halt nur bis herum spielen ja solange da jetzt nichts überdreht passiert da auch eigentlich nichts ja so jetzt gucke ich mal ja jetzt habe ich hier das stück wieder ein kleines stückchen weiter nach hinten gebracht es ist mir aber immer noch nicht genug und deswegen träge ich den kolben noch einmal raus jetzt hat es wieder gerastet oder ein gerastet noch ein noch ein stückchen weiter rein jetzt träge ich es wieder in den schaft hinein und dann probiere ich aus so jetzt habe ich hier ein gutes stück nach hinten bekommen das heißt also eine kleine also ich je weiter wir hinten hinein bekommen desto mehr tinte können wir hier drinnen speichern jetzt weiß ich nicht ob ich das noch was noch noch mehr erweitern kann so dass dann quasi der der kolbenmechanismus sogar ganz hinten ist ich will es mal versuchen ja ich weiß jetzt nicht ob dem zuschauer der sich das video gewünscht hat damit was anfangen kann jetzt probiere ich das noch mal kann natürlich sein dass es jetzt dass ich jetzt so weit hinein gedreht habe den kolben dass ich den knopf nicht mehr richtig und er kriegt kriegt mal gucken so wie ich das vorher gehabt habe war mir das eigentlich ganz recht so schauen wir mal naja so ich denke weiter geht es wirklich nicht hinein ja also ich habe jetzt hier quasi das maximum an an hinten kapazität jetzt hier aus dem aus dem ico herausgeholt was was geht ja und habe jetzt hier so viel platz das jetzt hier quasi der schlüssel hinein passt und ein gutes spiel hat so bei anderen videos sieht man dass die dann den diesen also den kolben entfernen indem sie dann den knopf hier zwischen 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 diesen wrench quasi klemmen ja und dann das quasi auf die art und weise dann halt eben herausnehmen ja also dass dann quasi hier das teil dann hier quasi fest sitzt ja und probiere ich jetzt gerne noch einmal aus ja also das ist jetzt hier ganz drin ja ich probiere jetzt auch aus ja 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 der erste schritt ist längeres video heute ist eigentlich immer ein längeres video so das war wieder zu viel platz deswegen mache ich das spiel ist noch einmal ja vielleicht probieren wir das mal so aus und mit mit diesem faktum dass wir jetzt hier den kolben knopf hier hinein also den schlüssel hier hinein klemmen und einfach nur schauen dass wir die stange hier mehr hinein drücken also sprich wieder mit diesem was ich vorhin gemacht habe das ist das ist einrastet jeder gegen drücken und hier drehen da drehen dagegen drücken und dann wieder den schlüssel hier ein klemmen ja es ist vielleicht für dich lieber zuschauer eine bessere hilfe sich da auszuprobieren moment jetzt habe ich hier wieder was habe ich hier gemacht so fest drehen dann hier ein bisschen lösen damit der schlüssel rauskommt und dann schaue ich wie weit ich hier komme mehr wie vorher ich glaube das ist eine ganz gute methode und jetzt drehe ich das ganze hier nochmal ja immer schön vorsichtig drehen damit ihr hier quasi mit dem also das könnte hier quasi so machen so oft wie ihr machen wie ihr wollt solange der vorsichtig seid macht ihr ja nichts kaputt ja so dann löse ich hier den schlüssel wieder so ein bisschen ja und drehe jetzt hier wieder es ist wieder einrastet klemmt den dämlichen schlüssel wenn er nicht wieder runter fällt wieder da rein wieder fest schraubt das zurück ja löse den knopf wieder so ein bisschen und dann schaue ich wie weit ich komme dieses mal ja und vom erfahrungswert haben wir jetzt schon gesehen vorhin dass das wir sogar eine position bekommen können wo wir das maximum an tinten kapazität kapazität herausholen können ja und das bedeutet jetzt quasi noch ein letztes mal das müsste es jetzt gewesen sein also hier klemmen wir wieder den schlüssel ein das ist wieder fest so und das müsste jetzt quasi so das ultimatum sein das nonplusultra ja so knopf ein bisschen lösen schlüssel herausnehmen ja und somit können wir hier quasi ja vielleicht gibt noch ein stückchen also noch ein letztes mal alles hat ein ende nur der twispy h2 ja also wenn ihr merkt schon also mit mit so einer methode kann man schon was macht was ein was was ausrichten kommt schon so bäm das war's ja und es ist so gut geworden sogar dass wir jetzt hier keinen ähm freiraum mehr haben ja also es ist hier natürlich man kann es auf und zu drehen ja wir haben aber auch hier das maximum an platz heraus geholt ja unter umständen wäre es vielleicht besser wenn wir sogar hier ein kleines stückchen hier über haben damit wir hier oben was was zum einrasten haben denn jetzt denn da also hier wohl bin ich denn da also der knopf der ist sehr lose aber der ist sehr locker was aber daran liegt dass wir jetzt hier keinen platz mehr haben und genau aus diesem grund holen wir das dingens da jetzt nochmal raus um diesen extra also abstand wieder herein zu holen so und rein theoretisch wenn wir das durch rein drücken erreicht haben müssten wir es heraus ziehen wieder erreichen so und jetzt probiere ich das noch einmal moment hier den schüttel wieder lösen keine ahnung was ich jetzt hier mache ich probiere es aus das ist schon wieder zu viel das heißt das ganze spiel nochmal von vorne also jetzt wisst ihr jedenfalls in dieser in dieser einrast stellung hier mit dem mit dem mit der kolben stange funktioniert nicht ja das heißt also wir müssten quasi das hier wieder herausholen wie ich die die das ist ich die ich wenn ich und ich und gegebenenfalls das ganze spiel noch mal machen ja gut sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so ein großes problem ist halt von arbeit aber ich sage es mal in den normalen umständen würde ich sagen das macht man einmal ja so schauen wir mal ich möchte jetzt auch das video ist nicht ganz so lange werden lassen ihr seht jetzt auf jeden fall dass es wenn ihr mist bauten beim demontieren dass er da jetzt nicht wirklich panik schieben müsste oder sowas ja es ist alles einstellungssache klar unter umständen braucht man ein bisschen ein bisschen mehr zeit ja aber es ist alles kein draht ja und diese twist bis die bieten da echt viel raum um auszuprobieren ja so und weiter würde ich auch nicht gehen ja so ich habe jetzt hier quasi genug spiel drin ja hier habe ich doch so einen kleinen quasi sicherheitsabstand mit dem ich hier oben den kolben knopf wieder so ein bisschen festschrauben kann ja also der ist jetzt hier ein bisschen fester drin also ich muss echt ein bisschen drehen damit ich ein bisschen kraft aufwenden in dieser einstellung wenn der kolben ganz hinten ist ja habe ich diese möglichkeit des festschraubens hier hinten nicht mehr also ich bin dann zwar hier quasi mündig mit dem behälter aber im großen ganzen kann ich hier nichts quasi sichern absichern indem ich ist es ein bisschen fester ziehe ja da glaube ich ist dann so dieser sicherheitsabstand schon von nöten also das ist jetzt quasi so dass das maximum was ich an tinten kapazität aus dem eco herausholen kann ja und ja bin damit schon am ende wieder für heute gutes video hat jetzt knapp 35 minuten gekostet gekostet quatsch gedauert ja und wenn ich die feder immer aufsätze mache ich immer diesen dass dieses extra hinein drücken um halt eben zu verhindern vorher gucke ich doch mal dass ich mit diesen diesen nippeln dass ich mit diesen nippeln daher so einigermaßen so aufgestellt bin dass einst dieser nippel hier nach oben guckt ja ungefähr ungefähr mittig ist sogar könnt ihr das sehen natürlich nicht ja also quasi dass ihr hier diese erhebung das was man halt eben kennt vom vom twist bico hier dass es ungefähr mittig ist mit dem mit dem mit der mitte des des federrückens ja so und dann gucke ich immer hier so eine eine schreibstellung das ist ungefähr richtig brauche ich dich zu korrigieren genau so ja und damit ist hat ein bisschen ausprobieren ein bisschen ausprobier sachen halten es ist nicht weiter schlimm wenn es einem nicht so gelingt aber das letzte was ihr bekommen müsst ist in die panik oder so ja also ok ja lieber zuschauer oder auch die anderen ich hoffe ich habe helfen können mit diesem mit diesem aufschluss reichen lange dauernden video ja wie gesagt es war auch für mich ein bisschen ausprobier sache weil ich habe der fehler der bei mir passiert ist es ist vor vor zwei jahren gewesen also quasi ganz am anfang als ich den füller gekauft hatte das war nicht bei dem füller sondern das war beim spiel damit 580 so gewesen ja da habe ich dann hier hinten den ding den knopf nicht mehr ganz zugekriegt hat eben weil ich beim herausnehmen diese dinge nicht beachtet habe ja und ist nicht weiter schlimm ja mit 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 hilfe des dass das fest des fest klemmens des twisty ranches ja das könnt ihr auf jeden fall als als guten anhaltspunkt nehmen für euch um das ding quasi wieder so hinzubekommen dass es hier wieder am ende bündig ist ne ok freunde also dann bin ich am ende für heute ja vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuhören habt ihr fragen ja dann fragt bitte sehr gerne ansonsten hoffe ich dass euch das video irgendwie gefallen hat und noch weitergeholfen hat lieber zuschauer gibt mir bitte rückmeldung ob dir das video geholfen hat oder ansonsten sehen wir uns beim nächsten review freunde bis bald und ciao